Herz-Paket Bundesregierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf Instagram, einer kurzen, schnellen Ausgabe. Ja, die Bundesregierung hat es endlich geschafft, nach einer oder fast sogar zwei Wochen hin- und herringendlich mal geile Gesetze zu erlassen, um den Umweltschutz voranzutreiben. Oder auch nicht. Das einzige Sinnvolle, was ich bis jetzt gehört habe, ist quasi, dass Ölheizungen ab einem gewissen Jahr verboten werden sollen. So ist es mir gegeben. Warum nicht ab sofort oder ab nächstem Jahr? Ja, weil keine Ahnung, weil Zeit noch ist. Dann kam auch die eine Sache noch raus. Benzinpreise werden erhöht. Gleichzeitig wird auch die Pendlerpauschale erhöht. Das heißt quasi, Leute, die mit dem Auto fahren müssen beruflich, kriegen im Nachhinein wieder mehr Geld zurück. Also eine reine Luftblase für nichts. Industrien, große Firmen können sich die Emissionsrechte kaufen, damit sie weiterhin CO2 rauspumpen können. Die bezahlen quasi dafür, dass sie Abgase machen dürfen. Geil. Das bringt Umweltschutz. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir in den Kommentaren.